Bevor wir mit diesem Video beginnen, am Samstag ist wieder Flashmob-Zeit. Und zwar kommt das neue Buch von Laura Newman auf den Markt, Adept 2, also Anyone Dies in Paradise. Und ich freue mich schon so und alle, die Laura-Fans sind und auch ihre Bücher gern mögen und das vielleicht noch nicht wissen, jetzt wisst ihr es am Samstag. Ich freue mich schon so. Ja. Hallo ihr Lieben, heute soll es wieder um die letzten drei Bücher gehen, die ich gelesen habe. Ich blende sie wie immer hier um mich drumherum nochmal mit ein, da könnt ihr dann nochmal mit draufklicken, wenn ihr möchtet. Und ja, ansonsten wünsche ich euch hier immer viel Spaß bei mir. Das erste Buch, was ich gelesen habe, war dieses hier, Harry Potter und der Stein der Weisen. Ich habe es endlich getan, ich habe dieses Buch endlich gelesen, es wurde aber auch verdammt nochmal Zeit. Ich habe diese Bücher alle noch nicht gelesen, ich kenne ja zwar die Filme, aber mir wurde von allen Seiten gesagt, die Bücher sind so viel besser und da passiert so viel mehr und da ist viel mehr Hintergrundinfos und deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich schließe dieses Jahr noch meine Bildungslücke und lese Harry Potter. Zum Inhalt brauche ich, glaube ich, absolut nichts mehr sagen. Ich glaube, jedes Kind kennt Harry Potter und weiß, worum es geht. Es geht um Harry, der an eine Zaubererschule geht, um dort halt das Zaubern zu lernen und dann gibt es dort noch einen bösen Gegner, der wieder aufersteht und den gilt es zu besiegen. Ich glaube, ihr wisst es. Ich glaube, mehr brauche ich nicht dazu sagen. Im ersten Band geht es ja auch darum, wie Harry an die Zaubererschule kommt, wie er Ron und Hermine kennenlernt und ja, mehr brauche ich, glaube ich, auch echt nichts erzählen. Und ich muss sagen, mir hat der erste Band wirklich gut gefallen, dass es so ein Kinderjugendbuch ist. Ich mochte Harry, ich mochte natürlich Ron und Hermine und natürlich mag ich auch Hagrid total gern und ja, von allen anderen hat man jetzt noch nicht so viel mitgekriegt. Aber ansonsten muss ich sagen, ist das Buch echt noch oder ist der Film da echt noch nah am Buch. Und ja, wie gesagt, ich mochte die Charaktere in dem Buch total gern. Die Story kannte ich ja schon im Prinzip, aber es war schön, das nochmal zu lesen und es hat mir gut gefallen, das alles nochmal so von Anfang an zu erleben und wie das alles so angefangen hat mit Harry und seinen blöden Verwandten, den Dursleys. Und ja, also ich mochte das Buch total gern. Natürlich vom Setting her, ich meine, Hogwarts, Hogwarts ist cool. Ich mochte Hogwarts schon in den Filmen und auch wie das hier beschrieben ist, fand ich es richtig gut. Und da muss ich auch sagen, haben mir die Filmsets wirklich gut gefallen, also wie die das Ganze umgesetzt haben mit der Schule, fand ich wirklich richtig gut. Ich konnte mir das richtig gut vorstellen und ja, ich mochte den ersten Teil total gern und ich bin gespannt, wie es weitergeht und freue mich dann jetzt im Juli den zweiten Teil zu lesen. Und ja, ich werde berichten. Dann habe ich jetzt im Juni endlich mal noch dieses Buch hier gelesen. Das ist der vierte Teil der Elemental Assassin Reihe und zwar Spinnenfieber von Jennifer Estep. In diesem Buch geht es immer noch um Jyn und Jyn ist eine Auftragsmörderin und lebt in Ashland, was eine Stadt ist, die vor Kriminalität nur so wimmelt. Das Coole an diesem Buch ist, dass Jyn nicht einfach nur eine Auftragskillerin ist, sondern dass sie halt auch noch besondere Fähigkeiten hat. Und in diesen Büchern gibt es noch andere Fabelwesen, sage ich jetzt mal. Es gibt dort Vampire und Riesen und Zwerge und dann gibt es diese Elementare, die halt mit Elementen umgehen können. Und ja, ich mag diese Mischung in diesen Büchern wirklich unheimlich gern. Zum Inhalt her kann ich nicht viel sagen. Es geht immer noch darum, dass Jyn Rache nehmen möchte an der Person, die ihre Familie ermordet hat. Wer das ist und wie das alles zusammenhängt, das verrate ich euch nicht, weil sonst freue ich euch die ersten drei Bände und das möchte ich nicht. Auf jeden Fall geht es hier darum, dass, wie gesagt, Jyn Rache nehmen möchte und in diesem Teil bekommt sie eine Auftragskillerin auf den Hals gehetzt, die sie umbringen möchte. Und ich muss sagen, mir hat dieses Buch wieder richtig gut gefallen. Ich mag die Elemental Assassin-Reihe total gern. Das Einzige, was mir hier bei diesen Büchern auch wieder unheimlich auf den Keks ging, waren diese Wiederholungen. Es ist bei der Reihe nicht so wie bei der Mythos Academy, dass du die ersten 150 Seiten komplett nochmal die Wiederholung der Geschichte hast. Also so ist es nicht, aber es sind hier immer wieder Sätze drin, so, ja, ich bin eine Auftragsmütterin und ich weiß nicht, wie sie damit umgehen wird. Oder, ja, ich habe den und den umgebracht. Ich weiß nicht, was er dazu sagen wird. Und du denkst dir so, ach, das sind doch alles Sachen, die weiß ich doch schon. Wieso wird das nochmal wiederholt? Und das passiert immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und auch in Bezug auf die Vorgeschichten sind halt immer mal wieder eins, zwei Sätze drin. Und das nicht nur an der ersten Hälfte oder so, sondern in dem kompletten Buch, wo ich mir dann denke, das weiß ich doch. Ja. Und das hat mich so als einziges ein bisschen gestört beim Lesen. Aber ansonsten, ich mag Gin, ich mag die anderen Charaktere in dem Buch. Ich mag Finn unheimlich gern und ich mag Sophia. Und ich mag auch, dass dieses Buch etwas brutaler ist. Also, ich möchte hier im Gotteswillen nicht Gewalt verherrlichen oder sowas. Nein, aber es ist halt mal einfach nicht nur so ein Jugendbuch, sondern es ist halt so eine Fantasy-Serie für Erwachsene. Es sind hier auch erotische Szenen mit drin. Wobei es dann in diesem Buch ja jetzt in dem Teil nicht so wirklich viele. Und, ja, ich mag es einfach total gern. Und zum Setting her kann ich schon sagen, dass ich es wirklich richtig cool finde. Ashland ist ja wie gesagt so eine düstere Großstadt, die aber an ein Gebirge grenzt. Und, ja, die halt auch so schöne Vorstädtchen hat. Und dann gibt es North Town und South Town, also Nord- und Südstadt. Und das eine sind die Reichen, das andere sind die Armen. Und, ja, ich mag das Setting auch unheimlich gern. Und das Coole ist, dass in der neuen Reihe von Jennifer Estet von Black Blade wird Ashland, glaube ich, erwähnt. Oder anders? Nee, andersrum. Also, doch. Nee, wartet. Ich muss mich sortieren. In der neuen Reihe von Jennifer Estet von Black Blade wird Ashland erwähnt. Das heißt, es ist das gleiche Universum quasi, wo das spielt. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und das fände ich wirklich cool. Das hatte ich, wo ich Black Blade gelesen habe, dachte ich so, hey, cool, das mag ich, sowas. Und, ja, hat mir richtig gut gefallen. Ich mochte den Teil wieder total gern. Jetzt muss ich mir echt mal noch den fünften zulegen. Der sechste kommt ja jetzt auch demnächst raus. Und dann kommt noch der siebte. Also, es ist wieder eine sehr vielteilige Reihe. Aber ich mag es total gern. Und ich mag Jennifer Estet Schreibstil auch immer noch total gern. Obwohl ich sagen muss, dass mir bei ihren Büchern immer so dieses Zünglein an der Waage fehlt, dass ich sage, das ist ein grandioses, mega gutes Buch. Also, das war bei Mythos schon so. Und das ist bei dieser Reihe auch wieder so. Sie gefällt mir richtig gut. Ich mag die Bücher total. Ich mag die Charaktere. Ich mag das Setting. Ich mag alles. Aber es ist nie so ein Fünf-Sterne-Buch wie für mich wie Opposition oder so. Oder Origin, wo ich sage, boah, das Buch war so gut. So ist es leider nicht. Und ich weiß nicht, woran es ist. Aber vielleicht kommt das ja irgendwann nochmal mit. Und, ja, ich kann euch diese Reihe wirklich nur ans Herz legen, wenn ihr mal was ein bisschen Erwachseneres lesen wollt. Wie gesagt, mit etwas mehr Brutalität und halt erwachsenen Charakteren, weil die sind ja alle um die 30. Dann lest diese Bücher. Und, ja, ich mag sie. Und, ja, ich mag es. Yay. Das letzte Buch, was ich euch heute zeigen möchte, ist dieses hier. Dare to Love von Carly Phillips. Einmal berührt, ist fast gar nicht verführt, ist der zweite Teil dieser Dare to Love-Reihe, wie sich das nennt. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe den ersten Band nicht gelesen. Ich habe mir den hier beim Verlag angefordert und habe ihn netterweise zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal. Und ich muss sagen, ich war von diesen Büchern wirklich sehr überreicht. Ich bin über die Sina auf die Bücher gekommen, von dem Kanal von Wörterin gefesselt. Vielleicht kennt ihr sie. Ich verlinke sie euch nochmal unten in der Infobox. Und sie fand die Bücher wirklich recht gut. Und dann dachte ich mir, oh, ja, so für zwischendurch mal so ein bisschen Liebesschnulzi. Kannst du nochmal gut gebrauchen zwischen den ganzen Fantasy-Sachen. Und, ja, haben wir das Buch angefragt. Wie gesagt, habe ich es auch bekommen. Und, ja, es ist nicht so ein unthuldiges Buch, so wie es aussieht vom Cover her. Ja, nein. Also wer jetzt hier eine niedliche, kleine Nettet-Geschichte erwartet, ist hier komplett falsch. Das ist schon ein erotischer Liebesroman, definitiv, würde ich sagen. Es ist aber noch so, dass es für mich so hart an der Grenze ist. Also bei Rock Kiss war es ja so, da haben die ja nur, ihr wisst, und es war fast keine Handlung da, die aber, wenn sie da, aber wirklich gut war. Und hier ist es so, hier hält es für mich gerade so die Waage. Also hier ist schon sehr viel Erotik drin, aber es ist auch noch Handlung. Und mir hat der Schreibstil ganz gut gefallen und ich mochte die Charaktere total gern. Ich möchte auf jeden Fall den ersten Teil noch lesen. Den muss ich mir irgendwie mal nochmal mit kaufen, wenn ich mal wieder Bücher kaufen darf und kann und, ja, Zeit und Geld habe und so. Dann werde ich mich auf jeden Fall nochmal mit kaufen und lesen, weil die Charaktere aus dem ersten Teil kommen hier auch wieder mit drin vor und man sieht, wie die sich weiterentwickeln. Und das fand ich schon ein bisschen schade, dass mir da die Vorgeschichte zu denen gefehlt hat. Und deswegen muss ich das auf jeden Fall noch lesen. Ich habe jetzt auch den dritten Teil beim Verlag angefragt und habe ihn bekommen, was ich sehr, sehr cool finde. Da geht es dann wieder um ein anderes Pärchen. Das werde ich euch dann auf jeden Fall auch wieder mit vorstellen. Und, ja, ich mochte die Geschichte total gern. In diesem Buch, also in dieser ganzen Buchreihe, geht es, sag ich mal, um die Familie Dare. Deswegen Dare to Love. Und in diesem Teil geht es um Alex Dare. Alex war ein großer Footballspieler. Er war berühmt, er war beliebt und jeder mochte ihn. Und die Frauen sind ihm scharenweise hinterhergerannt. Und er hatte eine Affäre mit Madison. Und eines Tages ist es so, dass seine Karriere von heute auf morgen komplett vorbei ist. Und er darüber so gefrustet ist, dass er natürlich auch seine Affäre beendet und niemanden mehr an sich ranlässt und von niemandem mehr etwas wissen möchte. Und er dann einige Monate später merkt, dass er ganz schön scheiße gemacht hat und dass er immer noch an Madison denkt. Und dann trifft er sie auf einmal wieder, als sein Bruder ihm ein Jobangebot macht. Und, ja, er soll dann mit ihr zusammenarbeiten. Ob das Ganze funktioniert und wie das mit den beiden weitergeht, das verrate ich euch natürlich nicht. Aber wie gesagt, ich fand die Geschichte wirklich cool. So für zwischendurch ist sie ideal. Also wer jetzt, wie ich, sehr viel Urban Fantasy oder auch High Fantasy liest oder, ja, halt wirklich, wie gesagt, sehr viele Jugendbücher liest, ich brauche zwischendurch immer mal wieder so was locker leichtes. Einfach nur so ein Schnulzi-Buch, was ich so zwischendurch lesen kann, wo ich nicht denken muss. Und da hat sich das hier wirklich richtig gut geeignet. Aber wie gesagt, alle, die sagen so, von der Erotik her reicht es mir wie bei New Adult Büchern, die sollten die Finger davon lassen, weil es wirklich schon, wie gesagt, für mich ein richtiger erotischer Roman ist. Und nicht nur so drei, vier Seen beinhaltet, sondern schon ein bisschen mehr. Und, ja, ich habe auch bei Amazon gesehen, dass es viele Leute gab, die das rezensiert haben, die halt genau das als Kritikpunkt gesehen haben, dass es halt einfach nicht aussieht wie ein erotischer Liebesroman, aber halt sehr viel Erotik beinhaltet. Deswegen seid an dieser Stelle gewarnt. Aber wer sowas gerne mal liest oder so, wie ich halt auch das zwischendurch einfach mal brauche, um einfach mal abzuschalten, um auf andere Gedanken zu kommen, wer sollte sich das Buch auf jeden Fall mit angucken. Ansonsten kann ich nur sagen, die Charaktere mochte ich total gern. Ich mochte Alex, ich mochte Madison und die ganzen Hintergründe, wie die dann geschildert wurden, so nach und nach kam das ja dann raus. Und man hat halt gemerkt, wie die sich auch entwickelt haben. Das hat mir auch gut gefallen. Vom Setting her, gut, da kann man nicht viel sagen. Wir befinden uns in Amerika. Wir sind hier an verschiedenen Orten, zum Beispiel New York und Miami und Tahoe oder sowas. Also es geht hier ja, wie gesagt, um Football. Und ja, ich mochte das Setting auch. Also man kann sich das vielleicht vorstellen, weil amerikanische Großstadt und so ein Footballstadion, glaube ich, habe ich auch schon mal gesehen. Und ja, da schreibt es wie gesagt. Er ist ein bisschen eigen. Ich brauchte am Anfang so die ersten 50 Seiten wirklich, um reinzukommen in die Geschichte. Aber danach ging es. Also da bin ich auch wirklich richtig gut durchgekommen. Ich glaube, ich habe das auch an einem Tag gelesen, das Buch. Also ich habe da auch nicht wirklich lange für gebraucht. Und wie gesagt, es hat 299 Seiten. Und für zwischendurch kann ich es euch wirklich nur empfehlen. Ich mochte das total und ich freue mich jetzt dann, den dritten Teil zu lesen. Ja, I like it! Damit wären wir dann auch schon wieder am Ende meines Videos. Falls ihr eins von den Büchern kennt oder anderer Meinung seid wie ich oder wie immer, ihr wisst Bescheid, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich freue mich auf jeden Fall drüber. Und ich bedanke mich an dieser Stelle natürlich auch immer fürs Gucken. Und wünsche euch noch eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss!